Als Dina Kremen am Nachmittag des 29. März 1995 die Schule verließ, hatte sie nur ein Ziel vor Augen. Einkaufen. Nur drei Tage zuvor hatte sie ihren 17. Geburtstag gefeiert und sie hatte Geburtstagsgeld, das sie ausgeben wollte. Ihr Wohnort Summerville war nur wenige Kilometer von Boston entfernt und so beschloss sie, mit dem Bus in die Stadt zu fahren und in ein paar ihrer Lieblingsgeschäfte zu stöbern. Catherine Kremen, Dinas Mutter, arbeitete in Boston. Als Dina mit dem Einkaufen fertig war, traf sie ihre Mutter, die gerade mit der Arbeit fertig war, und sie fuhren gemeinsam nach Hause. Dina blieb jedoch nicht lange zu Hause, denn sie hatte vor, zum Haus ihres Freundes zu fahren, das weniger als eine Meile von ihrem eigenen entfernt lag. Catherine erinnerte Dina daran, dass sie um 22 Uhr zu Hause sein musste, da es ein Schultag war und Dina versprach, pünktlich nach Hause zu kommen. Nachdem sie ihrer Mutter gesagt hatte, dass sie sie liebte, verließ Dina das Haus. Dina war seit etwa zwei Jahren mit ihrem Freund, dem 19-jährigen Tommy LeBlanc, zusammen. Sie waren in mancher Hinsicht gegensätzlich. Dina war eine gesprächige, extrovertierte Person, während Tommy eher ruhig und introvertiert war. Aber sie schienen eine gute Beziehung zu haben und waren oft zusammen anzutreffen. An diesem Abend beschlossen sie, drinnen zu bleiben und fernzusehen. Als sie merkte, dass die Sendung, die sie gerade sahen, nicht zu Ende sein würde, bevor sie nach Hause musste, rief Dina ihre Mutter an, um ihr mitzuteilen, dass sie sich etwas verspäten würde. Catherine blieb noch eine Weile wach, um auf ihre Tochter zu warten, schlief aber bald auf der Couch ein. Als sie aufwachte, war es fast Mitternacht und von Dina war immer noch keine Spur zu sehen. Leicht verärgert rief Catherine die Teenager an, doch sie erhielt keine Antwort. Obwohl sie frustriert war, machte sich Catherine zu diesem Zeitpunkt keine Sorgen. Dina war gelegentlich bei einer Freundin eingeschlafen und die ganze Nacht weggeblieben, also nahm sie an, dass dies der Fall gewesen war. Dina würde wahrscheinlich am Morgen zurückkommen und sich entschuldigen und Catherine beschloss, dass sie ihrer Tochter einen Vortrag halten würde, wenn sie nach Hause kam. Catherine erwartete das Öffnen der Haustür, als sie sich am nächsten Morgen für die Arbeit fertig machte, aber Dina kam nicht nach Hause. Da es schon ein paar Mal vorgekommen war, dass Dina bei einer Freundin übernachtet hatte und von dort aus am nächsten Morgen direkt zur Schule gegangen war, sagte Catherine ihren Mann Michael, er solle die Highschool anrufen, sobald der Schultag begann, um sich zu vergewissern, dass Dina da war. Catherine fuhr dann mit dem Zug zu ihrem Arbeitsplatz beim Roten Kreuz in Boston. Michael rief kurze Zeit später in der Summerville Highschool an und war überrascht, dass Dina nicht da war. Er überlegte gerade, was er als nächstes tun sollte, als es an der Tür klopfte. Langsam öffnete er die Tür, denn er ahnte bereits, dass er nicht hören wollte, was man ihm sagen würde. Ein Polizeibeamter teilte ihm mit, dass Dinas Leiche weniger als eine viertel Meile von ihrem Haus entfernt gefunden worden war. Michael rief Catherine auf der Arbeit an, wusste aber nicht, wie er ihr die Nachricht überbringen sollte. Er sagte ihr, sie solle sofort nach Hause kommen und ihr wurde mit einem mulmigen Gefühl klar, dass Dina etwas zugestoßen sein musste. Auf der Zugfahrt nach Hause wurde ihre Angst noch größer, denn sie hörte, wie mehrere Leute darüber sprachen, dass die Leiche eines Teenagers hinter einem Wohnkomplex in Summerville gefunden worden war. Catherine hatte das Gefühl, als ob ihr der Boden unter den Füßen weggezogen worden wäre. Sie wusste, dass es sich dabei um ihre Tochter handeln musste. Catherine musste sich an mehrere Polizeibeamten vorbeidrängen, um zu ihrer Haustür zu gelangen und sie wusste, sobald sie Michael sah, dass ihre schlimmsten Befürchtungen wahr geworden waren. Dinas Leiche war hinter einem Wohnkomplex für Senioren gefunden worden, der sich in der Nähe ihres Hauses befand. Zwei junge Mädchen waren über die Leiche gestolpert, als sie eine Abkürzung durch den Komplex nahmen, um zu ihrer Grundschule zu gelangen. Offenbar war sie schon seit der vorangegangenen Nacht tot, aber es war unklar, ob sie an dem Ort getötet worden war, an dem sie gefunden wurde, oder ob das Verbrechen an einem anderen Ort stattgefunden hatte und ihre Leiche dort abgelegt worden war. Die Polizei teilte der Familie zunächst mit, dass Dina offenbar an einer Überdosis Drogen gestorben sei, was sie einfach nicht glauben konnte. Dina war nicht drogenabhängig und auch keiner ihrer Freunde war das. Es ist unklar, wie die Polizei zu dieser Annahme kam, denn eine Autopsie würde zeigen, dass sie erwürgt und sexuell missbraucht wurde. Als ihre Leiche gefunden wurde, war eines ihrer Hosenbeine fast vollständig abgerissen und es fehlte eine Socke. Es war klar, dass irgendwann ein Kampf stattgefunden hatte und Catherine war schockiert über diese Nachricht. Der Mord an Dina hat die Gemeinde Summerville, in der etwa 75.000 Menschen leben, erschüttert. Verbrechen waren ihnen nicht fremd, aber der Mord an einen Teenager war etwas, das niemand erwartet hatte. Aus Sorge, dass ein Mörder frei herumläuft, übten die Einwohner großen Druck auf die Polizei aus, das Verbrechen so schnell wie möglich aufzuklären. Die Ermittler begannen sofort mit der Befragung aller Personen, die irgendeiner Weise mit Dina in Verbindung standen und suchten nach Hinweisen, die ihnen helfen könnten, den Mörder zu ermitteln. Dina führte keinen risikoreichen Lebensstil. Sie besuchte die Summerville High School, wo sie eine von 15 Schülern war, die im Kinderentwicklungsprogramm der Schule eingeschrieben waren. Das Programm, das sich an Schüler richtete, die eine Karriere in der Arbeit mit Kindern anstrebten, schien wie geschaffen für Dina zu sein und sie war darin aufgegangen. Sie war schon immer als Babysitterin in der Nachbarschaft bekannt gewesen und sie plante eine Karriere als Kindergärtnerin. Sie hatte ein Händchen für den Umgang mit Kindern und niemand zweifelte daran, dass sie eine ausgezeichnete Lehrerin gewesen wäre. Dina lebte zu Hause mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater, zwei jüngeren Brüdern und einer älteren Schwester. Im Januar hatte sie einen Teilzeitjob in einem örtlichen Supermarkt angetreten und kurz vor ihrem Tod eine Ausbildung zur Kassiererin abgeschlossen. Sowohl ihre Kollegen als auch ihre Klassenkameraden hatten nur Gutes über den beliebten Teenager zu sagen, der immer lächelte und mit dem man einfach gerne zusammen war. Niemand konnte sich vorstellen, dass jemand ihr etwas hätte antun wollen. Während die Ermittler damit beschäftigt waren, Leute zu befragen und nach einem möglichen Motiv für das Verbrechen zu suchen, verwandelten Dinas Freunde und Klassenkameraden die Stelle, an der ihre Leiche gefunden worden war, in eine behelfsmäßige Gedenkstätte. Luftballons und Karten wurden an den Zaun gebunden, während ein schnell wachsender Blumenhaufen den Boden bedeckte. Ihre Klassenkameraden mussten an diesem Tag früher nach Hause geschickt werden. Sie alle standen Dina sehr nah und die Betreuer konnten sie nicht beruhigen, als sie die Nachricht erfuhren. Tommy Leblanc, der Freund, der Dina zuletzt gesehen hatte, wurde mehrfach befragt. Obwohl die Ermittler öffentlich erklärten, dass sie keine Verdächtigen im Mordfall hatten, sagten sie, dass sie niemanden ausschließen konnten und viele Menschen betrachteten Tommy mit Argwohn. In den zwei Jahren, in denen er und Dina zusammen waren, begleitete Tommy sie fast immer den gesamten Weg zurück zu ihrem Haus, wenn sie nachts mit ihm unterwegs war. In der Nacht, in der sie ermordet wurde, begleitete er sie angeblich nur die Hälfte des Weges. Für die Ermittler war diese Änderung des Verhaltensmusters ein potenzielles Warnsignal und sie fragten sich, ob Tommy versuchte, die Tatsache zu vertuschen, dass er der Mörder war. Als sie ihn befragten, hatte er jedoch eine plausible Entschuldigung dafür, dass er Dina nicht den ganzen Weg nach Hause begleitet hatte. Es war schon spät, als die Fernsehsendung, die sie gesehen hatten, zu Ende war, aber Tommy hatte noch nichts gegessen und wollte etwas zu essen bestellen. Er rief an, um eine Lieferung zu vereinbaren, aber Dina wollte nach Hause gehen, bevor das Essen eintraf. Er sagte der Polizei, dass er sie nur ein Stück des Weges begleitet habe, weil er sicher gehen wollte, dass er rechtzeitig zurück war, um den Lieferfahrer zu treffen. Auf Nachfrage konnte er auch eine Quittung für das Essen vorlegen und damit war er zwar nicht völlig aus dem Rennen, aber er war auch nicht die einzige Person, die der Ermittler befragen wollten. Nachdem sie mit mehreren von Dinas Freunden gesprochen hatten, erfuhren sie, dass es einen älteren Mann gab, der ein gewisses Interesse an dem Teenager gezeigt hatte. Der betreffende Mann war Mitglied der Feuerwehr von Summerwell und stammte aus einer Familie, die in der Gegend politisch sehr angesehen war. Er war fast doppelt so alt wie Dina, aber Freunde sagten, er habe viel mit ihr geflirtet und sie glaubten, er sei an einer Beziehung mit ihr interessiert gewesen. Die Ermittler gaben den Namen des Feuerwehrmanns nie bekannt, aber sie befragten ihn mehr als einmal. Offenbar kamen Dina und einige ihrer Freundinnen nachmittags auf den Heimweg von der Schule oft an der Feuerwache vorbei. Manchmal flirteten sie mit den Feuerwehrmännern, aber nichts deutete darauf hin, dass Dina irgendeine Beziehung zu einem der Feuerwehrmänner hatte. Die Ermittler verbrachten Stunden damit, Dinas Habseligkeiten zu durchforsten, um irgendeinen Hinweis auf eine geheime Beziehung oder ein Problem in ihrem Leben zu finden, konnten aber keine handfesten Spuren finden. Dinas Beerdigung fand am 3. April statt und mehr als 1000 Menschen drängten sich in die Kirche, um sich von der beliebten Teenagerin zu verabschieden. Für viele ihrer Klassenkameraden war es das erste Mal, dass sie mit dem Tod einer ihnen bekannten Person konfrontiert wurden und man konnte während des gesamten Gottesdienstes schluchzen hören. Ihre Freunde trugen zum Gedenken an sie lila Schleifen. Und einige ihrer Klassenkameraden spielten Billy Joels »Only the Good Die Young« aus ihren Autoradios, als sie sich in den Beerdigungszug mit fast 200 Autos einreiten. Am Tag nach der Beisetzung von Dina veröffentlichten die Polizei von Summerwell und die Staatsanwaltschaft von Middlesex ein Phantombild eines Mannes, den sie zu finden versuchten. Er war in der Gegend gesehen worden, in der Dinas Leiche gefunden wurde, etwa zu der Zeit, als man glaubte, sie sei getötet worden und die Polizei war daran interessiert, mit dem Mann zu sprechen. Sie betonten, dass er nicht als Verdächtiger gelte, aber möglicherweise etwas gesehen habe, das für die Ermittlungen von Bedeutung sei. Er wurde als weißer Mann beschrieben, 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und etwa 80 bis 100 Kilogramm schwer. Eine Woche nach dem Mord erklärten die Ermittler gegenüber Reportern, dass sie sich nicht zu Berichten äußern würden, wonach ein Mitglied der Feuerwehr von Summerwell in Zusammenhang mit dem Mord, an Dina befragt worden sei. Und sie weigerten sich auch, sich dazu zu äußern, ob Dinas Freund als Verdächtiger in Frage käme oder nicht. Sie sagten nur, dass sie Dutzende von Personen befragt hätten, viele von ihnen mehr als einmal. Sie waren weder bereit, Verdächtige zu benennen, noch konnten sie jemanden ausschließen. In den nächsten drei Wochen gab es kaum Fortschritte in dem Fall. Die Ermittler gingen weiterhin allen Hinweisen nach, aber es schien, dass der Fall in Stocken geraten war. Um weitere Hinweise zu erhalten, setzte die Familie eine Belohnung von 10.000 Dollar für Hinweise aus, die zur Verhaftung und Verurteilung der für den Mord an Dina verantwortlichen Personen führen. Sie hofften, dass das Geld jemanden ermutigen würde, sich zu melden, um mit den Ermittlern zu sprechen, da sie glaubten, dass es in der Gemeinde Menschen gab, die ganz genau wussten, was passiert war, aber nicht bereit waren, mit der Polizei zu kooperieren. Sie verkauften Bänder und T-Shirts mit Dinas Namen, um Geld für die Belohnung zu sammeln und viele Menschen in der Gemeinde spendeten ebenfalls Geld. Dank der Großzügigkeit der Gemeinde konnten sie die Belohnung schließlich auf 20.000 Dollar erhöhen. Im ersten Monat der Ermittlungen befragten die Polizei mehr als 100 Personen und gingen Dutzenden von Hinweisen nach, die bei der Dienststelle eingingen. Trotzdem gaben sie zu, dass sie einer Verhaftung nicht näher gekommen waren, als am Tag, an dem Dinas Leiche gefunden worden war. Sie hatten einfach nicht genug Beweise, um jemanden in das Verbrechen verwickeln zu können, und sie baten die Öffentlichkeit weiterhin um Information. Am 20. Mai verabschiedeten Beamte der Stadt Somerville eine Anordnung, wonach die Kreuzung von Temple und Jack Street in Erinnerung an den ermordeten Teenager Dina Crammond Square genannt werden sollte. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass Dina immer in Erinnerung bleibt, aber für ihre Freunde und Familie war es auch eine ständige Erinnerung an alles, was sie verloren hatten. Der Gedanke, dass ihr Mörder noch immer auf freiem Fuß war und wahrscheinlich durch dieselben Straßen lief wie Dina, war etwas, das sie einfach nicht vergessen konnten. Zwei Monate nach dem Mord geriet Dinas Freund in die Schlagzeilen, als seine Mutter, Susan Leblanc, eine einstwillige Verfügung gegen ihn beantragte. Es war ein Antrag, der es unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht in die Lokalzeitung geschafft hätte. Die Tatsache, dass er der letzte Mensch war, der ein ermordetes Mädchen gesehen hatte, machte ihn jedoch zu einer Nachricht und ließ die Leute sich fragen, ob er gewalttätiger war, als ihnen bewusst war. Seiner Mutter zufolge war Tommy nicht mehr derselbe, seit er seine Freundin verloren hatte und er hatte angefangen, heftige Stimmungsschwankungen zu haben. Obwohl er nie körperlich gewalttätig war oder ihr in irgendeiner Weise wehgetan hatte, hatte Susan den Eindruck, dass er außer Kontrolle geraten war und sie verbal missbrauchte. Sie war der Meinung, dass er professionelle Hilfe brauchte und glaubte, dass ein Antrag auf eine einstwillige Verfügung ausreichen würde, um ihn zu zwingen, sich der Tatsache zu stellen, dass er eine Beratung brauchte. Es ist unklar, ob er zu diesem Zeitpunkt eine Beratung in Anspruch nahm, denn seine Mutter zog auch ihren Antrag schließlich zurück. Monate vergingen und es gab immer noch keine neuen Entwicklungen in diesem Fall. Dinas Freunde und Familie befürchteten, dass der Fall zu den Akten gelegt werden würde und es schien, dass sie Recht hatten. Obwohl die Polizei darauf bestand, dass die Ermittlungen so lange fortgesetzt würden, bis sie eine Verhaftung vornehmen würde, hatten sie alle Spuren ausgeschöpft und hatten immer noch keinen wirklichen Verdächtigen in diesem Mordfall. Catherine machte es sich zur Aufgabe, die für den Mord an ihrer Tochter verantwortliche Person zu finden und dafür zu sorgen, dass sie zur Rechenschaft gezogen wird. Ihr eigenes Leben war jedoch in Aufruhr. Am einjährigen Jahrestag von Dinas Ermordung war Cathvines Ehe in die Brüche gegangen und sie hatte ihren Job verloren. Sie konnte die Tatsache, dass ihre Tochter tot und der Mörder noch immer auf freien Fuß war, nur schwer verkraften. Dinas Geburtstag und der Jahrestag ihres Todes lagen nur wenige Tage auseinander, sodass die letzte Märzwoche für ihre Familie äußerst schwierig war. Catherine stellte fest, dass nichts den Schmerz über den Verlust von Dina lindern konnte, aber sie glaubte, dass es ihr ein wenig Frieden bringen würde, wenn der Mörder nur gefunden und eingesperrt werden könnte. Über die Jahre hinweg hat sie sich dafür eingesetzt, dass dies geschieht. Im Jahr 2005 sorgte der Mord an Dina für Schlagzeilen in der Region Boston, als die Ermittler bekannt gaben, dass sie einer Verhaftung näher waren als je zuvor. Sie behaupteten, dass neue forensische Test zu einem Durchbruch in dem zehn Jahre alten Fall geführt hätten und sie sagten auch, dass sie nach bestimmten Personen suchten, von denen sie glaubten, dass sie wüssten, was passiert sei. Sie weigerten sich, dies näher zu erläutern und der Fall geriet wieder aus den Schlagzeilen. Was auch immer dieser Durchbruch war, erreichte offensichtlich nicht aus, um zu einer Verhaftung zu führen. Jedes Jahr begehen Dinas Freunde und Familie den grausamen Jahrestag ihres Todes mit einem Gebetsgottesdienst und einem anschließenden Marsch durch die Jagger Street. Sie begannen, die Veranstaltung Walk Dina Home zu nennen und sie gehen denselben Weg, den Dina auf ihrem Weg von Tommys Haus zu ihrem eigenen gegangen wäre. Für die Mutter Catherine ist die Symbolik klar. Sie glaubt, dass Tommy direkt für den Tod ihrer Tochter verantwortlich ist. Entweder, weil er sie selbst getötet hat oder weil er es versäumt hat, dafür zu sorgen, dass sie in jeder Nacht sicher nach Hause kommt. Wenn er Dina nach Hause begleitet hätte, wäre sie noch am Leben. Im Laufe der Jahre wurden die Anschuldigungen von Catherine gegen Tommy immer offener. Im Jahr 2013 nahmen mehr als 400 Menschen an dem Gedenkmarsch für Dina Teil. Viele ihrer ehemaligen Klassenkameraden waren anwesend. Einige reisten sogar aus Florida an, um dabei zu sein. Nach einem Gebetsgottesdienst und einer Kundgebung auf einem öffentlichen Schulhof marschierten sie zu dem Haus, in dem Tommy lebte und blieben schweigend davor stehen. Es war klar, dass alle Teilnehmer des Marsches glauben, dass er der Mörder war. Die Polizei hat in diesem Fall nie einen Verdächtigen benannt, obwohl sie sagte, dass es mehrere Personen gibt, die in Frage kommen. Es ist nicht klar, welche forensischen Beweise sie besitzen, aber die Tatsache, dass niemand jemals angeklagt wurde, scheint darauf hinzuweisen, dass die Beweise, die sie hat, nicht zu dem Schluss führen, dass irgendjemand, den sie bisher befragt hat, der Mörder ist. Am 20. Jahrestag des Falles, im Jahr 2015, erklärten die Behörden, dass der Fall weiterhin offen sei, räumten aber ein, dass frühere Hinweise nicht fruchtbar waren und sie der Lösung des Mordes nicht näher gekommen waren. Seitdem haben sie sich nicht mehr öffentlich zu dem Fall geäußert, obwohl sie angedeutet haben, dass sie glauben, dass es Menschen gibt, die wissen, was mit Dina geschehen ist und dass ihr Fall wahrscheinlich nicht aufgeklärt werden kann, wenn sich diese Zeugen nicht endlich melden. Seit der Nacht, in der Dina nicht sicher nach Hause kam, sind nun 27 Jahre vergangen. Ihre Familie hat nie aufgehört, dafür zu beten, dass ihr Mörder vor Gericht gestellt wird. Und es ist immer noch eine Belohnung für Informationen ausgesetzt, die zur Verhaftung und Verurteilung ihres Mörders führen. Untertitelung im Auftrag des ZDF,